Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich erkläre, was ein Wissensmanagement-Audit ist. Mit einem Wissensmanagement-Audit sollen Stärken und Schwächen im Umgang mit Informationen und Wissen in einer Organisation identifiziert werden. Dies ist die Grundlage, um dann potenzielle Handlungsfelder für Wissensmanagement abzuleiten. Also Bereiche, in denen die Initiierung von Wissensmanagement-Maßnahmen sinnvoll und nutzenstiftend sein kann. Wie läuft nun ein solches Wissensmanagement-Audit ab? Im Grunde besteht es im Wesentlichen aus einer Befragung der Mitarbeiter und Führungskräfte. Ein Wissensmanagement-Audit hat ein mehrstufiges Vorgehen. Im ersten Schritt findet eine schriftliche Befragung der Mitarbeiter und Führungskräfte statt. Hier geht es darum, eine möglichst breite, möglichst repräsentative Basis zu finden. Das heißt, möglichst alle Mitarbeiter und Führungskräfte anzusprechen. Das kann natürlich papierbasiert passieren oder über ein Online-Tool, das dann im Nachgang die Auswertung der Ergebnisse auch unterstützt und einfacher macht. In einem zweiten Schritt werden dann die Ergebnisse der Befragung ausgewertet und erste Hypothesen hinsichtlich der Stärken und Schwächen, aber eben auch schon hinsichtlich der potenziellen Handlungsfelder abgeleitet. Diese werden dann in einem dritten und letzten Schritt in strukturierten Interviews mit ausgewählten Mitarbeitern und Führungskräften verifiziert, konkretisiert und vertieft. Die Interviews sind in der Regel auch ein guter Anlass, tatsächlich für diese identifizierten Schwächen- und Handlungsfelder schon gemeinsam mit den Mitarbeitern und Führungskräften erste Ideen für mögliche Maßnahmen zu entwickeln. Am Ende eines Audits steht ein klares Bild der Stärken und Schwächen im Umgang mit Information und Wissen in der Organisation, eine klare Kenntnis der Handlungsfelder für Wissensmanagement und gegebenenfalls erste Ideen für Maßnahmen. Ja, was wird in einem Wissensmanagement-Audit gefragt? Das sind nur einige Beispiele möglicher Fragen. Vielleicht haltet ihr das Video an der Stelle auch einfach kurz an, um in Ruhe auf diese Folie zu schauen. Im Grunde geht es ja darum herauszufinden, wie der Umgang mit Wissen und Information in der Organisation ist. Also um welches Wissen geht es überhaupt? Welches Wissen wird benötigt? Welches Wissen entsteht aber auch in der tagtäglichen Arbeit, in den Geschäftsprozessen? Ist dieses Wissen verfügbar? Zeitnah? Wo treten Wissenslücken auf? Wann treten diese auf? Warum? Ist Wissen für Entscheidungen prinzipiell vorhanden oder eher nicht? Welche Daten, Informations- und Wissensquellen werden in der Regel genutzt? Wie zufrieden sind die Mitarbeiter mit diesen Möglichkeiten? Sind die Daten, Informations- und Wissensquellen in der Organisation überhaupt allen Mitarbeitern bekannt? Wie steht es um die Experten? Sind diese in der Organisation bekannt? Ist Wissensmanagement in der Organisation oder im eigenen Bereich überhaupt ein Thema? Gibt es entsprechende Ziele, vielleicht auch heruntergebrochen auf den einzelnen Mitarbeiter? Gibt es klare Regeln für die Ablage von Informationen? Gibt es klare Prozesse, gelebte Prozesse für zum Beispiel den Wissensaustausch? Wie effizient sind Besprechungen im Hinblick auf den Wissensaustausch? Wird die Kultur als wissensförderlich empfunden? Wie gesagt, es sind nur einige Beispiele, in welche Richtung diese Fragen gehen können. Ja, ein Nebenprodukt eines Wissensmanagement-Audits kann ein Return on Invest oder ein Business Case sein. Wenn Sie zum Beispiel die Frage stellen, wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit verwenden Sie für die Suche nach fehlendem Wissen, fehlenden Informationen? Der Durchschnittswert der Antworten wird dann multipliziert mit einem Durchschnittsjahresgehalt in der Organisation. Dies beziffert den monetären Verlust durch die Unproduktivität von Wissensarbeit in der Organisation. Der Business Case sieht dann so aus, dass im Hinblick auf bestimmte Wissensmanagement-Maßnahmen, wie die Verbesserung der Informationsablage, die Einführung einer Suchmaschine, dieser Wert um x Prozent verbessert wird. Wiederum multipliziert mit einem Durchschnittsjahresgehalt ergibt das Ihren Business Case, den Return on Invest für Wissensmanagement. Aber Achtung, das ist eben nicht der Return on Invest für Wissensmanagement, sondern deckt natürlich nur Maßnahmen ab, die mittelbar auf die Verbesserung des Information und Knowledge Retrieval abzielen. Und eben nicht ein ganzheitliches Wissensmanagement. Ja, was sind die Erfolgsfaktoren für ein Wissensmanagement-Audit? Meine Lessons learned aus den Jahren der Beratung in diesem Bereich. Es ist wichtig, das Audit auf eine möglichst breite interdisziplinäre Basis zu stellen. Mit interdisziplinär ist gemeint, Mitarbeiter und Führungskräfte aus allen Bereichen des Unternehmens, aus allen Hierarchie-Ebenen der Organisation und auch Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Verweildauern in der Organisation. Also ganz neue Mitarbeiter, aber genauso die alten Hasen. Für die Interviews gilt es dann, potenzielle Wissensmanagement-Unterstützung, die Meinungsmacher im Unternehmen, aber auch die Stakeholder ganz generell für das Thema Wissensmanagement zu identifizieren. Nicht nur, weil diese wertvollen Inhalt für diese Interviews liefern können, sondern auch, weil sie durch diese Interviews gleich ins Boot geholt werden für dieses Thema Wissensmanagement. Eine Herausforderung ist es vor allem für die schriftliche Befragung, konkrete Fragen zu stellen, auf die dann auch möglichst konkrete Antworten möglich sind. Konkret auch im Sinne natürlich einer einfachen Auswertbarkeit, das heißt möglichst quantifizierbare Auswertungen und eben nicht Freitexteingabe auf offene Fragen oder zumindest nur in Ausnahmefällen. Der Fragebogen sollte nämlich auch von den Mitarbeitern und Führungskräften in angemessener Zeit bearbeitbar sein. Ja und dann entsteht durch ein solches Wissensmanagement-Audit in der Regel ein, ich nenne es mal Schwung der Partizipation. Das heißt, alle Mitarbeiter sind angesprochen, alle Mitarbeiter beschäftigen sich plötzlich mit diesem Thema Wissensmanagement. Sie fühlen sich abgeholt in ihren Ideen, aber auch darin, wo sie der Schuh drückt. Damit dieser Schwung der Partizipation dann für das Wissensmanagement insgesamt nicht verloren geht, gilt es im Nachgang zum Wissensmanagement-Audit diesen Schwung aufrecht zu erhalten, indem zum Beispiel ganz transparent über die Ergebnisse der Befragung des Wissensmanagement-Audits und deren Interpretation berichtet wird. Und indem auch transparent dargestellt wird, inwieweit die Rückmeldungen, vor allem aber auch die Ideen der Mitarbeiter und Führungskräfte, dann in die eigentliche Wissensmanagement-Strategie, das eigentliche Maßnahmenportfolio einfließen. Ein solches Wissensmanagement-Audit kann regelmäßig einmal im Jahr oder alle zwei Jahre wiederholt werden und ist dann ein wunderbares Werkzeug für eine kontinuierliche Erfolgsmessung, also eine Wirkungsmessung der etablierten Wissensmanagement-Maßnahmen. Vielen Dank!